Nicht gelb, sondern weiß. Nicht temporär, sondern dauerhaft. Die Pop-Up-Radwege an der Rosenheimer, Elisen, Theresien und Gabelsberger Straße sollen ab April zur festen Radstreifen werden. Das heißt, eine Autospur gegen eine Fahrradspur. Weil der Pilotversuch im Sommer gezeigt hat, dass hier wirklich ganz, ganz kleine und große Radlerinnen was davon haben und die auch wirklich sehr stark nachgefragt wurden. Und deswegen ist es nur folgerichtig, dass es hier jetzt in die dauerhafte Umsetzung geht. Die CSU ist insbesondere gegen die Einrichtung dieses Pop-Up-Radweges auf der Rosenheimer Straße, weil das einfach eine vielbefahrene Strecke ist, das den ganzen Tag Stau von Pkws bedeutet und dort weit weniger Radler fahren. Ein weiteres Verkehrsprojekt dieses Jahr ist die Umgestaltung des Tals. Doch zunächst nur provisorisch aufgrund der Baustelle der zweiten Stammstrecke. Wir wollen im Frühjahr eine Öffentlichkeitsbeteiligung machen, Vorschläge auch sammeln, wie man es machen könnte. Natürlich ist die Hauptzielsetzung auch, einen Teil der Stellplätze rauszunehmen. Das, was aber noch notwendig ist für Lieferanten und auch für Taxen, müssen wir natürlich im Auge haben. München ist laut einer aktuellen Studie von Enrix Deutschlands Stauhauptstadt. Besonders hier müssen politische Lösungen her. Wir müssen natürlich den ÖPNV so ausbauen, dass er leistungsfähiger wird. Da gibt es Maßnahmen, die sind sehr, sehr schnell wirksam. Da denke ich beispielsweise an unseren Busverkehr, an die Einräumung von mehr Busspuren, sodass die Busse einfach schneller vorankommen. Und dann gibt es die Dinge, die ein bisschen mehr Zeit brauchen, neue Trambahnlinien, neue U-Bahnlinien. Aber weil die mehr Zeit brauchen, müssen wir sie jetzt einfach ganz, ganz dringend beginnen. Dieses Problem bekommen wir möglichst schnell in den Griff, wenn wir uns wirklich mal um Pendlerströme kümmern. Und da wirklich Pendlerparkplätze schaffen, mit dem Umland kooperieren. Da wirklich versuchen, Lösungen zu finden. Weitere Projekte sind zum Beispiel der Ausbau des Altstadtradlrings und die Weiterentwicklung der autofreien Altstadt. Und da wirklich versuchen, Lösungen zu finden.